Leute, wenn wir uns da haben, das steht jetzt in der Stammstimme drin. Oh, das stimmt. Wieder die Scheiße. Jetzt halt! Den Sche... Jetzt halt! Das darf nicht sein, oder? Nein! Nein! Okay, weiter! Ja! Nein! Nein! Juri, jetzt kommt der Weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg! Weg, weg! Hey, Juli! Wink, moi! So meine Ladies, gratuliere in der letzten Sekunde noch den Sieg. Dann werden wir zunächst einmal die Mannschaftsführerin fragen um ihre Einschätzung. Das Spiel an sich, da können wir jetzt nicht zufrieden sein, weil das einfach kein schönes Spiel war. Der Gegner ist natürlich hinten gestanden, ganz sicher, und hat an sich nicht mitgespielt. Das macht es immer schwierig. Und wir haben dann sehr stark da, besonders am Anfang, dass wir durchkommen, dass wir ein Spiel aufzählen. Wir haben natürlich in der zweiten Halbzeit dann besonders das Übergewicht gekriegt. Und da waren wir die spielbestimmende Mannschaften. Deswegen sage ich, ist das auch rechtlich verdient. Und Franzi, hast du diesem längeren Monolog noch etwas hinzuzufügen? Nein, habe ich nicht. Wie hast du selber gegangen, bist du mit deinem eigenen Spiel zufrieden? Ja, ich habe jetzt zweimal trainiert. Ich habe eigentlich noch ein Training, noch ein Aufwärmen, hätte ich schon schlafen können. Aber die paar Minuten waren schon cool. Bist du zufrieden, oder? Ja, Freude. Okay, danke Ladies und bis zum nächsten Mal. Freude. Danke. Danke.